Guten Abend, die Damen. Kann ich sowas nicht mal in dem Spiel machen? Ja, das habe ich mich jetzt auch gefragt. Ich war noch niemals Ich war noch niemals Aber fangen wir hin Hey Tabri Ich war immer versinkt Immer versinkt Das war eigentlich schon gestorben Wie man spielen wir eigentlich? Da kann man ein bisschen tollen Ich hoffe euch gefällt jetzt auch, wenn es jetzt ein bisschen spät kommt in den 1 oder späteren Videos Ich hoffe, euch gefällt die neue Art von der Audio-Einstellung Dass man uns hört und den Gamesound nur ganz leicht Das ist das Wichtigste Das Publikum Und wenn sie das nicht mögen Wenn sie das nicht mögen Wenn sie reinschreiben Ich will doch eigentlich keiner hören Das ist natürlich auch sehr gut möglich Damit komme ich dann aber zurecht Dann zeige ich mich gar nicht vor der Kamera ab Wie das so einfach geht Auch wahr Nein, mich rückt es natürlich nicht Durch das hier gestandet einfach gar nicht Und dadurch gestandet einfach nichts mehr Ja Ja Keine Ahnung Aber wir Sehen mal rein Ich weiß es nicht Aber ich weiß es nicht Ich fühle mich da nicht wohl Das ist schon besser Das ist schon besser Ich habe uns bein gekriegt, um eine Art zu lassen zu sehen Ah, das wird auch hart gemacht Trag Trag nicht, freib dich gut Das Auge Ich habe das Gemüse gerade gefeucht Nein Frank Nein Ok Warum bist du so feucht im Auge? Hast nicht geil gemacht, wenn du alles schlägen Ah, warte, 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 warte Warte, warte, warte Warte, warte Kannst du alles mit mir machen, wenn du dich vor der Kamera zeigen würdest Ne, danke Dann verzicht dich doppelt Ach, ja Das ist mal wieder ein standardmäßiger Dienstagmorgen um, ich glaube 4 Uhr Ja, ey Fast halb 6, Junge Lava Na, 4 Uhr, 10 nach 4 Fast halb 6, Junge Hey, ich kann mich auch mal irren Ne, du darfst du nicht Wir hatten vorhin noch halb 4, als ich das letzte Mal guckte Entschulden Und in der Zeit haben wir 3 Videos gemacht Entschulden Du Opfer Mach das Ding mal rein Nö, du Opfer Nö, er war dran, du Affenkopf Scheißegal Ding ist da drin Ja, dann machen du Wim Ne, denn ich hab den Controller nicht Knudeln Alles wird auf Sack gemacht, haste Augenüte Wie, da war einer Wie, da war einer Da war doch gar keine Lose Auch so ein typischer FIFA-Fehler Zeig noch immer das an, was eigentlich da ist Hallo Ne, spielt heute jetzt Ich merke das schon Ich bin zu erfolgreich, was Akin angeht Ja, generell Doch keine Liederlage Weil Ich bin froh, wenn es uns mal ein Unentschieden erreicht Ja, gut Dafür, dass wir noch keine Bundesliga-Niederlage hatten Fand ich nix, ne? Ja, auch in anderen Spielen hatten wir keine Niederlage Hallo Abseits Wie wär's hier an? Geht doch Spann's mindestens, dass wir noch bisher nirgendwo Eine Niederlage hatten Warten wir nicht Und wenn dann nur in uns ein Qualifikationsspiel Wo wir Ege sowieso gewonnen hätten Können ja gleich mal gucken Ja Wir haben ja aber auch neu, dass wir in irgendeinem Spiel Ja Wieso die Saison Ja, wir hatten vorne Niederlage Kassel War nur ganz knapp Meint ich nicht Also Bundesliga war es schon mal nicht Ne, ne Ich war ja speziell gesehen Ne, ne Ich war ja speziell gesehen Ne, ne Ich war ja speziell gesehen Ne, ne Aber das war nie voll rum Und da war's eh egal Ja Haben wir eben die Nase gepudert Ne Ja Können wir es uns sehr leisten Bestimmt bei unserem Media Tube Mine Welches Youtube Money? Ja das was ich verdiene Ja Wir sind arbeitslos und das sogar noch nebenbei arbeitslos im Spiel Naja Ich bin nicht arbeitslos Wir sind sogar die Einzigen, die in Wirtschaftssimulatoren nebenbei gefeuert werden Und du vielleicht, ich nicht Es ist mir nicht schön, lustig zu sein Yeah Die Maria war hier, eine leckige Fahrt. Warum, weil du die Maria malen hast, war... Schmeckt deiner Affe, sie sieht doch nicht aus. Mit den Affen hatte ich einen Herzen folgt. Gute Akte, es wurde geklärt. Snow, big, big... Ja, du bist... Ist das der von KD Perlmann? Ja. Jetzt ist es Hermi... Ich hab mich aufgedacht, wie ich es gehört habe. Es ist Hermi... Mit kaum seconden Schönes Tor von Darida Mit Klappenhard Nee, Darida Jetzt hätte er doch laufen lassen können Tschüss, Goten, Tada Das Spiel war eigentlich Oh, Toine Guter Durchgang 2 läuft Wehre Stocker Ja Wir haben noch nicht den 20cm in der Bühne Aber Sie wollen den Gegner auflafen Guter sein Weg Jetzt gehört er flachen Da kommt der Mitte von uns an den Ball Gute Aktion Danke Der wäre auch so nice gewesen, ne? Guck mal Schuss So übertrieben gewesen Ich bin schon weg Die Bewege Die Masse Das ist 2 Mal Kopf 2 Mal 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 ja genau, genau, ich dreh mich, ich bin schon weg und die holen sie aber die Pille, genau, sind wir bei Life is Strange oder was, jede Aktion hat die Folgen oder die. Ach Scheiß, das ist ein Ding, ne? Zu klein, um dort zu sein, deswegen hat dies auch Folge. Spieler, bester Freund des Alu, jetzt ist sowas von an die Latte geknallt, das war der Wahnsinn. Wir sind im April. Und zack uns dein Trott, komm die Trott. Und da reingegangen ist nur gelb, willst du nicht wagen? Ja genau, in zwei Mann stehen sie da, aber keiner kriegt das. Oh nein, hat sie noch. Der Merck Eckert, ich glaub die Dworke sind wieder da. Zack, zack zusammen, wenn man da gerät sich und dann holt er den Burgstoff aus. Die Gäste werden weg. Gefährliche Flanke. Die hat die versucht. Aber irgendwie hat er nicht direkt geschossen. Gut gemacht, ne, mal unter sich. Oh das ist ja. Doch, Mann, ah, 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 ah. Ah, das stimmt, stimmt, stimmt. Ah, das stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Da ist ja, das stimmt. Ja, das stimmt nicht, ja. Wenn man hat das spielt, dann stimmt. Der Mann, 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 der Mann. Ich setze ihn da oben. Tschakka. Wie lohnt sich was, dass wir schlacken zu diesem. Ja. Jetzt muss man hier wirklich müde werden. Ah, mir geht doch. Schauen wir mal Marco Reus rein. Wie sieht die aus? Indirekt. Was für uns ist voll direkt. Der war nice. Vor allem, wenn wir mal mit hier rein waren. Was verlieren die aus dem Lockerdiepiele? Zack. Und diese Führung ist voll mehr als deutlich. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden ein bis 20. Da war er auch noch dran. Ne, da war er nicht. So ging der dann so hoch. Der war doch gar noch mal bei 60. Oder 70 Prozent. Weil er dann gelupft hat. Ja, aber wieso lupft der den dann so unnötig? Und schlackst du, bevor er es gewachsen wird. Ja, aber nicht dieser. Nur direkt, Alter. Das war's. Ach, dann. Das kann ja sein. Das hat auch noch eine Wunst. Das können sie sich sehen lassen. Milch. Ja. 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 Frau ab! Zeit nachgedreht. Hat es Geld gegeben? Oder unverliebt? Ich bin nur noch dabei. Ich bin nur noch dabei. Ich bin nur noch dabei. und und ausgedeckt jetzt geht es mit einem Einwurf weiter ja wen gibt es denn hier ja ja ich dachte mir mal die den entgegenstehen den an der Seite ach jetzt kommt also dann weiß ich dass er das besser kann ja 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 Wo ist denn ein Ladegerät? Wo ist denn ein Handy? Und dann machen wir mal weiter. Und ich bedanke mich für das Zuschauen von diesem Part, während der da hinten weiter rumgammelt. Beende ich dann mal die Aufnahme. Adios!